Nach fünf Jahren Pause baut Dillenburg sie wieder auf. Ab dem ersten Advent leuchten die Kerzen auf dem Wilhelmsturm in Dillenburg. An jedem Adventssonntag wird eine der fünf Meter hohen Kerzen angezündet. Mit ihnen ist der Wilhelmsturm in Dillenburg der größte Adventskranz in Hessen. Das Anzünden begleiten unterschiedliche Kirchen und Vereine mit vielen Aktionen. Zum Beispiel gibt es Essen und warme Getränke. Das soll die Dillenburger zusammenbringen. Das Ziel ist quasi, dass wir hier im Advent eine kleine Ruheinsel schaffen wollen. Der Advent ist ja oft hektisch. Für Dillenburg ist eben Advent mehr als Kommerz und deswegen sagen wir ganz bewusst, wir wollen Gedenkfeiern hier oben, ein paar Gedenkminuten haben am Turm, gemeinsam mit den Kirchen, mit den Vereinen, wo wir dann gemeinsam auch die Kerzen jeweils einschalten und so die Möglichkeit schaffen, einfach mal eine kleine Pause im hektischen Alltag einzulegen. Dillenburg kann sich also auf eine ganz besinnliche Adventszeit freuen mit dem größten Adventskranz in Hessen.